so meine freunde und wieder zurück bei fortnite und heute wollen wir die laura zerstören und zwar ist das noch sogar mit mutanten sturm drinne mächtige exon sensen und geteilter hellenschan also da bin ich jetzt mal ganz gespannt was das alles so schönes bringt und ich klicke einfach mal auf auswählen und ich hoffe doch mal dass wir wenigstens noch ein oder zwei nebelmonster bekommen dann hätten wir das sogar schon weg so auf jeden fall hier haben wir einen huk wuk wut ob mit ja das hier sieht fast aus wie android wo andro andro pitt ja ich würde einfach noch mal ganz kurz warten vielleicht kommt noch ein vierter dazu das wäre nicht verkehrt so es kommt gerade noch keiner dazu oder naja ich hab mir schon mal so wir starten wir müssen mal gucken ob man vielleicht eventuell sogar eine neue sniper bei bauen können macht ja denn auf jeden fall einiges mehr schaden hier ist sogar schon was sie baut die waren schon drin eine runde ok zeit bis die evakuierung genau so theoretisch müssen wir hier nichts fahren sondern einfach nur ich sage mal in anführungszeichen nur die lager zerstören nicht wahr lager zerstört eins von fünf ok du hast noch 15 minuten um die mission abzuschließen ja doch füll deine hut da vorne ist eins oder dieser große strahl ja ok dann renne ich da jetzt hin muss mich erholen ähm man muss doch glaube sowieso ist das hier nicht auch eins ruhende lager können später aktiv werden genau das meinte ich ruhende lager das hätte mir glaube ich starry panzer mal erklärt man muss immer die lager so in quasi in einer bestimmten reihenfolge machen hier drüben und ich gehe mal ganz stark davon aus dass genau hier das lager ist ja oh das hat gerade hier ruckelt ok das ist aber hier gerade ganz schön dolle ok das ist aber hier gerade ganz schön dolle ok insohut ja 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 haha ja weg ist auch ich mag das schwert was ich da bekommen habe ich mag das ok irgendwie unter mir sind noch welche ah jetzt kommen sie ok ah auch so ein bisschen verlass oh die dicken sind immer nur ein bisschen nervig ne kann ich nicht machen ok ich habe gerade keine ausdauer ah da wollten wir auch schon gehen weiter geht's gut die lager werden immer stärker bereite dich besser gut vor alles klar so ich würde jetzt einfach mal sagen ich wandere hier langsam weiter ich gucke mir das mal an guten tag ah ich kann gerade keinen speziale tag machen schade hätte gut die passwurse alle noch nicht schlafen haben so war da noch irgendwo eine oder wo welches 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 ich bin bei hin und helfe oh was ist das achso geteilter hellenscharn ja geteilter hellenscharn wo geht hier gerade so ein bisschen habe ich das Gefühl hm ich hab das für uns du bist erledigt lager das nächste sieht hart aus du schaffst das so wo ist das nächste wird das schon irgendwo angezeigt nee Aua achso schwimmt ja äh da hat einer ein inaktives lager gefunden äh hier vorne ist ein lager vielleicht ist das jetzt aktiv ich weiß es nicht ähm du bist ein lager aber noch nicht aktiv ne bleib stehen da unten sind auf jeden Fall noch Lager das ist auch anscheinend ein ruhendes Lager da oben ist noch eins aber das ist weiß ich nicht ob das alles ruhende Lager sind oder wie das jetzt sich verhält aber anscheinend anscheinend schon ok da ist noch ein inaktives Lager ich einfach mal in die Richtung oder? ich weiß es nicht eine unserer Drohnen ist beschädigt die Höhlen dürfen die Drohne nicht zerstören er gibt dich zur Absturzstelle eine Minute Zeit bis zum Abschluss der Dings ok und muss ich das jetzt verteidigen oder wie ist das? das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht das habe ich noch nie gemacht hier wird auf jeden Fall gleich eine Drohne abstürzen ok der baut hier also gehe ich mal davon aus dass wir äh äh der Sturm randaliert ich kann nicht so hier ist noch ein Ausrufezeichen was ist das hier? Obst und ok was das ist weiß ich jetzt aber auch nicht legendäres Obst hä? noch 10 Minuten sie ist durch dein Ernst? hm sie stürzt ab ja doch beruhige dich wir müssen die Drohne so gut es geht ausschlachten aktiviere die Drohne um anzufangen Höhlen verteidige die Drohne oh oh hab ich mich jetzt hier selber eingefangen? warte mal hier ist eine Tür äh die kommt ja von überall haha Höhenwesen hier repariert doch mal bitte ui das ist aber doch eine schwierige Mission als ich dachte Top 1 überprüfe deine Karte da ist auf eure Augen auf ok 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 bleibt ruhig so du bist auch weg boah die sind überall Gegner, wa? mein Güte boah man verliert ja hier völlig schon den Überblick ich kann nicht dennoch äh mit geteilten Helden Dings weißt du? hey die haben wir gerade erst gebaut so ok so echt irgendeine Zeit ab ach da Drohnen werfen alles klar dann lacht doch mal nach Junge Puh ok ok die Drohne wurde anscheinend geborgen so jetzt müssen wir aber hier weiter äh warte mal da ist ein Ausrufezeichen da müssen wir auch anscheinend hin achso ich sehe gerade meine Handkanone ich könnte mal austauschen gegen einen neuen hier hin hilfe mach weiter so schon mal da ist es klar das explodiert da unten gleich Okay, da hat einer auch richtig aufgeräumt. Ich glaube, da hinten ist diese... Hexe noch gewesen, ja? Rennt die da jetzt echt einmal ringsrum oder so? So. Die ist erledigt. So. Au. Boah, ich sehe hier nichts mehr. Ich habe doch hier so ein großes Vieh auch noch gehört. Viel in Folge. Unglaublich. Sieh dich vor, Kommandant. Da kommt noch mehr. Ja. Ich habe das nächste. Überprüfe deine Karte. Komm, ich folge dir einfach mal. Wie soll ich den Beifahren? Also fünf Minuten haben wir noch. Ich glaube, wir sollten uns hier doch... ein kleines wenig Beeilung machen. Wo ist das nächste Ding? Das ist auch nur wahrscheinlich eine rudende Kiste. Warte! Okay, da sind welche unterwegs von uns. Na, hinten. Ich sehe es. Ach, hier ist sowieso noch eine Kiste für mich. Sehr nice. Sturmwiederling! Lass das Lager, flass! Ich muss aber noch ein Nibelmonster zerstören. Ich hoffe, dass ich jetzt hier glaub... äh, eins kommt. Ich hoffe, dass ich jetzt wirklich gleich noch ein Nibelmonster kommt. Das andere wäre gerade echt blöd, weil da müsste ich nochmal eine Zone 15 spielen, wo die eigentlich schon dreimal weghaube jetzt, ne? Aufgespürt? Zerstört? Unterjocht? Das ist doof. Es kam jetzt noch kein Nibelmonster. Hab eins. Überprüfe deine Karte. Ich hoffe, dass unterwegs irgendwie noch eins kommt. Okay, da hinten ist auf jeden Fall noch ein... äh, da nicht lang. Ja, ja, außer Atem. Aber wir haben ja noch, äh, knapp vier Minuten Zeit. Eventuell kriegen wir das noch hin. Okay, hier ist das, äh, große Baul. Gedingster. So, mein, wir können mal anfangen. Genau in dem Moment muss er natürlich durchschlagen, ja. Da ist er noch. So, ich bin runterfallen. Au. Was ist denn für eine Festung? Ja, wir haben sie. So. Achso, das ist ja unser. Hehehe. So. Nächste Welle, bitte. Bitte. Okay. Boah, wenn ihr so viele spawnen, dann, äh, so geht es doch manchmal ein bisschen. Pasch da auf. Okay, der geteilte Hinshine, der ist echt böse. Ich kriege die ganze Zeit Damage. Da ist jemand, glaube ich, einer ist gestorben, wenn ich nicht täusche. Ja, genau. Da oben. Au. So, weg mit euch. Bist du wieder am Leben? Ja. Okay, hier muss aber noch einige sein. Hallo. Ey, hier sind wir noch eine Kiste für mich. Guten Tag. Noch zwei Minuten, bis ich dich da rausholen muss. Alles klar. So, weg mit dir. Hier ist er noch irgendwo da. Warum, Mann, ein Schweber? Ich wünschte, ich könnte. Ja, ja. Wenn du weiter Druck machst, kriegen wir die Zone geräumt. Yay. Hab das nächste. Überprüfe deine Karte. Warte mal, das sammle ich aber ein, weil ich brauche die Dinger noch. So, ich weiß noch nicht mehr, wie viel ich davon brauche, aber gut. So, da hinten ist die neue Mission. Warte mal, ich brauche 50 Ausdauer, damit ich hier hochschampen kann. So. Ein weiterer großer Kampf. Los geht's. No, man kommt hier nicht durch. Scheiße, gebaut. Au, au. Ich krieg Schaden. Ich hasse die Typen. Ich bin rot, ich feine. Ernsthaft? Ich sehe nichts. Ooh. Okay. schnitzel ich bin dort aber nur so können wir haben alles erledigt ja der ließ an ihr zu ende okay aber cool spaß gemacht okay aber mit einem kampf kampf technisch für euch ganz gut dabei gut er war noch ein stückchen besser wer weiß ich weiß gar nicht was der da in der hand hatte sieht aus wie sein elektro sperr oder sind kram da wieder zwei punkte das ist sehr gut gut also gab auf jeden fall schon ein paar punkte gespart für die nächsten fertigkeits baum das ist gut ich habe mir auch schon ein bisschen angeguckt ich weiß schon mal in welche richtung ich gehen möchte so heute level 4 wird es zurück zur heimatbasis bitte so den f nummer bitte aber wir rocken heute relativ gut durch muss ich sagen also von der aufnahmezeichen her gefällt mir echt gut so aktive energie die durch wände gehen das nenne ich schummeln ist das schummel darf in epischen kämpfen zwischen gut und böse überhaupt geschummelt werden dann sollten wir auf jeden fall schummeln so das letzte seite quasi vom steinwald du kommst genau richtig ein neuer notruf kommt gerade rein du kannst sprechen der kommandant hört dir zu ja hey hi es will mich fressen es ist riesig auf jeden fall bösartig irre zähne los retten wir diesen überlebenden vor dem bösen teil mit den irren zähnen ok also unsere jetzige mission ist suche den überlebenden der angst vor dem bösen teil mit dem fiesen zähnen hat in einer 15 plus zone und töte einen imitator ok imitator ich weiß ehrlich gesagt nicht was der ist was der ist hier sehe ich aber gerade hier ist die letzte mission bus oder astrobus wenn wir das haben dann kommt man den nächsten fertigkeitsbaum und wir haben schon mal sieben stück auf lager sage ich mal so waffenlager wir müssen eigentlich skizzen xp bekommen haben mini lama bekommen ok ich würde doch gerne weiterhin noch mal ein schuss ok und hier haben wir das neue ding ja elektronen röhren schausschützen gewehr ich finde aber das ding hier echt nice obwohl ich gerne noch mal hier eine bessere handkanone hätte dies echt extrem gut ich hätte aber gern noch ein stückchen besser ich möchte die jetzt nicht mehr so doll aufwerfen möchte ich schon gern auf die epischen sachen gehen oder auf die legendären sachen quasi wir gucken wir ja wir können einmal aufbessern das würde den schaden noch mal um den einschlag noch mal ganz schön erhöhen so bestätigen die ist schon mal auf 29 das ist echt böse glaube ich so wir haben hier eine mini lama belohnung bekommen gerade noch so dann machen wir die mini lama belohnung auf ok was ist das hier skizzen xp nochmal 800 das ist auch sehr nice und was das hier überlebenden xp ok alles klar ok die haben wir gerade bekommen haben wir hier eigentlich noch was ok überlebenden xp haben wir nix haben wir eigentlich noch hellen xp auch nicht ok hellen und überlebenden xp ist also quasi das gleiche gut alles klar dann haben wir das auch geklärt gut und äh ja uff ich geh meine Tastatur hingewummert ne ähm ja dann müssen wir nächste runde wieder quasi eine und sogar 19 plus zonen ne hätte ich hier eigentlich auch mal bock drauf reite auf dem blitz in einer 19 plus zone ich glaube die müssen wir so oder so irgendwann machen was das hier können wir sogar noch einen umwandlungsschlüssel bekommen ok ich glaube mit einer großen gruppe würde ich das sogar mal wagen und dann jetzt muss ich kurz gucken von der zeit her das machen wir mal in der nächsten zone pass auf wir machen nächste nächste folge machen wir zone 19 hätte ich mal total bock eigentlich drauf um zu gucken wie schwer das ist oder ja das machen wir doch wir probieren so werden wir verkacken dann verkacken halt ja nein gut wie gut denn ähm bedanke ich mich fürs zuschauen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder und mach's gut tschüssi week im war mit